Liebe Kinder, dieses Ostern ist ein anderes Fest als sonst. Vieles kann man nicht machen wie in den vergangenen Jahren und vielleicht ist dem einen oder anderen auch schon langweilig geworden. Und ich hoffe, ihr konntet viele Ostereier und Geschenke finden und habt nicht zu viel Zeit vor dem Fernseher oder beim Spielen verbracht. Leider können wir dieses Jahr nicht in Bibliotheken gehen und Bücher ausleihen. Aber ich habe noch ein sehr schönes Osterbuch und das möchte ich euch vorlesen. Paulchens Osterei von Janett Randerath. Herzlichen Dank auch an den Tienemann Verlag, dass wir das hier vorlesen dürfen. Paulchen guckt aus dem Fenster. Wie soll man denn bei diesem Wetter schöne bunte Bilder malen, ruft er bekümmert. Da lachen ja die Hühner. Ich will doch Osterhase werden und kein Schneehase. Paulchen möchte in diesem Jahr unbedingt in die Mahlklasse der Hasenschule aufgenommen werden. Dazu muss er am Schulanfang ein selbstbemaltes Osterei abgeben. Und bevor sie ein richtiges Ei bekommen, üben alle Hasenkinder auf dem Zeichenblock. Paulchens Freund Theo scheint sich darüber keine Sorgen zu machen. Er spielt im Schnee. Am nächsten Morgen hat die Sonne den Schnee weggeschmolzen. Matsch, soweit das Auge reicht, stellt Paulchen fest. Doch dann findet er einen kleinen gelben Krokus, die Feder eines Rotkehlchens und entdeckt ein Fätzchen himmelblau. Sorgfältig zeichnet er alles auf seinen Zeichenblock ab. Da prasselt ein Regenschauer herunter und Paulchen springt unter das Dach eines Hühnerstalls. Theo scheint gar nicht zu bemerken, wie sehr es regnet. Die Farben auf Paulchens Blatt sind alle verlaufen. Mein schönes Bild, ruft er entsetzt. Aber dann sieht er genauer hin. Hui, staunt er. Ich habe lauter neue Farben erfunden. Ich bin ein Osterhase. Ein richtiger Osterhase. Die Hühner sind sehr beschäftigt mit Scharren und Picken. Keiner achtet auf das schöne weiße Ei in der Ecke. Richtige Osterhasen malen auf echten Hühnereiern, sagt Paulchen. Und schwupps lässt er das Ei in seiner Tasche verschwinden. Über den Himmel spannt sich ein leuchtender Regenbogen. Begeistert läuft Paulchen nach Hause. Dort bemalt er sein Ei mit allen Farben, die er entdeckt hat. Als das Ei fertig ist, bekommt Paulchen ein schlechtes Gewissen. Er hätte das Ei vielleicht doch nicht einfach nehmen dürfen. Warum hat er nicht gewartet, bis er sein Ei von den Hühnern bekommt? Heimlich legt er das Ei unter seine Bettdecke. Am nächsten Morgen hält Paulchen es nicht mehr aus. Er läuft zu Theo. Dein Ei ist toll, sagt Theo. Und den Riss in der Schale sieht man kaum. Was, ruft Paulchen, mein Ei ist kaputt? Da knackt die Schale und ein Küken steckt sein Köpfchen aus der Schale. Was machst du denn da? Paulchen kann es gar nicht fassen. Theo, guck mal, wie süß. Ein richtiges Küken in meinem Osterei. Das Hühnchen guckt Paulchen freundlich an. Dann fange ich eben noch mal von vorne an, sagt Paulchen großzügig. Und eigentlich ist er ganz froh, dass sein Schwindel mit dem stibitzten Ei nicht funktioniert hat. Ein paar Tage später verteilen die Hühner an jedes Hasenkind, das Osterhase werden will, ein weißes Ei. Paulchen hat geduldig gewartet, bis er an der Reihe war. Dieses Ei machst du nicht wieder kaputt, verstanden, ermahnt Paulchen das Küken. Das Küken verfolgt Paulchen mittlerweile auf Schritt und Tritt. Paulchen will ein neues Regenbogen ei malen, aber er hat vergessen, welche Farbe zuerst kommt. Er legt sich auf die grüne Wiese und wartet auf einen neuen Regenbogen. Der Frühlingswind treibt die Wolken vor sich her. Oh, ruft Paulchen, ein Wolkenhase und ein fliegender Drache. Und jetzt, jetzt verwandelt sich der Hase in eine Schlange und der Drache in einen Wal. Alles Mögliche sieht er am Himmel, nur keinen Regenbogen. Ganz schwindelig ist ihn von all den Formen und Gestalten geworden. In der Nacht träumt Paulchen von fantastischen Fabelwesen, Luft- und Meeresungeheuern. Er wacht auf und springt aus dem Bett. Die ganze Nacht lang malt Paulchen ohne Unterbrechung. Es ist das Schönste, was er je gemalt hat. Viel schöner als das Regenbogenei. Am Morgen fällt er in einen tiefen Schlaf. Am Tag, an dem die Hasenkinder ihre Eier in der Osterhasenschule abgeben müssen, steht Paulchen besonders früh auf. Heute entscheidet sich, ob er ein Osterhase werden darf. Als er sein Ei holen will, erschrickt er. Das Ei ist verschwunden. Jetzt war alles umsonst, ruft er verzweifelt. Das Küken pickt aufgeregt an Paulchens Fuß. Ich kann jetzt nicht mit dir malen, sagt Paulchen. Kapierst du nicht? Mein Ei ist weg. Hasen und Hühner suchen überall nach dem verschwundenen Osterei. Als sie schon fast aufgegeben haben, hält das Küken Paulchen ein Bild unter die Nase. Auweia, ruft Paulchen. Der Fuchs hat mein Ei gestohlen. Vielleicht hat er es schon aufgefressen. Ich habe eine Idee, sagt eine Henne. Während die Henne den großen Fuchs ablenkt, klettert Paulchens Vater in den Fuchsbau und nimmt den kleinen Füchsen das Ei ab. Es hat geklappt. Erleichtert hält Paulchen sein Ei in den Armen. Es ist so schön bemalt, dass es wohl selbst dem Fuchs zu schade zum Fressen war. Im allerletzten Moment kommt Paulchen und Theo in die Schule. Der Lehrer geht durch die Reihen und guckt sich jedes Ei ganz genau an. Bei Paulchens Ei bleibt er besonders lange stehen. Erstaunt schaut er von Theo zu dessen Steinfigur. Das mit dem Ei habe ich leider nicht mehr geschafft, sagt Theo. Alle Hasenkinder außer einem werden in die Malklasse aufgenommen, verkündet der Lehrer schließlich. Paulchen hält den Atem an. Theo, du kommst in die Bildhauerklasse, sagt der Lehrer. Theo und Paulchen jubeln. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Osterhasenschule, fährt der Lehrer fort, wird ein Küken aufgenommen. Piepiep, hurra, piepst das Küken. Und alle Hasen freuen sich mit ihm. Frohe Ostern. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Osterhasenschule, fährt der Lehrer, 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 fährt der Lehrer. Untertitelung des ZDF, 2020